Ach komm, ich nehme gleich noch ein Part auf. Einfach so auf die Schnelle. Ich bin dann gespannt auf das Dorf. Ich kann mich wie gesagt nicht daran erinnern in das Dorf. Weil ich glaube, dass das sehr horrormäßig war, was hier alles abgeht. Okay, Level 6.1. Los geht's. Ich freue mich schon auf die Musik. Okay, ich kann mich momentan echt nicht daran erinnern. An die Musik kann ich mich schon erinnern, aber nicht an die Map. Was bist du denn? Seht her, ein Dorfbewohner. He he. He he. Eigentlich wollte ich ihn töten, aber er hat mich getötet. Super. Er tut nochmal. Ja, aber viele leben. Warum stirbst du nicht? Er will nicht sterben. Es muss er lebensfroh. Hallo. Wie war's jetzt mit sterben? Sterben? Nur vielleicht hier da so sterben? Nein, nicht eh, du. Ich glaube, das Level ist schwierig. Oder beziehungsweise ist es die Sage. Huch, was seid ihr denn für Wesen? Okay, euch kann ich töten. Halt still, du. Also geht doch. Ein Teleporter? Okay, 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 hier kriegen wir ein Seil. Ich glaube, das brauchen wir auch. Gut, und jetzt? Hier vielleicht auch? Auf das Dach oder whatever? Ach, das war knapp. Wir sind kurz vor dem Tod. Nein! Oh Mann, das war schlecht. Das war schlecht. Aber gut, aber gut, aber gut. Ist okay, ist okay. Das Level, das scheint nicht so besonders schwer zu sein. Nein, 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 nein. Jetzt wird es wahrscheinlich schwer. Gerade, weil ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so schwer sein wird. Warum können wir diesen Artwolf nicht töten? Jetzt aber. Halt, seid doch. Bleibt still, ihr. Hört auf zu springen. Ich erwisch euch sonst nicht so. Jetzt aber. Und Teleporter-Dingens. Ne, Teleporter-Dingens. Warum schießen eigentlich alle Wesen mit Blasen? So, jetzt auch. Oh, wieder so knapp. Okay, ich mache es wie vorhin, bloß ein bisschen professioneller. Na, professioneller sah mir das nicht aus. Also gut, noch mal. Feuer-Dingens. Dann wieder diese Jump-Viecher da. Ich kann auch springen, seht ihr? Yay. Ach, die springen mit, ist das nicht schön? Wer kann am höchsten springen? Nee, ihr verleitet mich jetzt nicht da, in die Blasen reinzuspringen. Nee, nee, nee. Letter Versuch. Hehe. Nee. Okay, jetzt brauche ich wieder dieses Seil-Dingens. Ja, so war es ganz gut jetzt. Aber ich musste mich einfach nach oben schleudern. Wo wird es denn hier jetzt lang? Hä? Ach, zum Anfang zurück. Ach, sehr schön. Na so gut, aber wir kommen jetzt zum Glück jetzt leicht hoch. Was muss ich denn jetzt machen? Vielleicht da hoch? Keine Ahnung. Hier vielleicht. Nein, doch nicht da. Das war jetzt ein sehr großes Pech, dass ich da mitten rein gefallen bin. Genau ausgerechnet in die Blasen rein. Genau. Nein. Jetzt habe ich diese Jump-Viecher gekillt. Nochmal. Das kann ich nicht akzeptieren. Das Feuer. Das wird euch alle umbringen. Eines Tages werdet ihr alle durch das Feuer sterben. Schon mal was von Rote Sonne gehört. Schaut M24, dann wisst ihr, was eine Rote Sonne ist. Oh Mann, ist manche Werbung. Verdammt! Ich habe keine Werbung machen sollen. Jetzt bin ich deswegen gestorben. Okay, hier schiebt mir ja recht. Keine Werbung machen. Irgendwie verschwinden hier ein paar Feuerdinger, sobald ich eins abschieße. Okay, jetzt holen wir uns nochmal dieses Seildingens. Neeeee. Na, jetzt. Jetzt habe ich wieder dieses Seildingens. Verloren, meine ich. Jetzt habe ich es wieder. Verloren. Jetzt habe ich es wieder. So, jetzt. So, vielleicht genau. Dann hier so hoch. Ne, da geht es auch nicht weiter. Mist, wo geht es denn jetzt weiter? Ach, natürlich wieder da bei den Blasen, denn genau. Ich habe ein Magnet. So, der Pac-Man hat ein Magnet in sich. Und immer, ja, die Blasen kommen mir zu ihm hin und so. Mal. Na, jetzt kommt schon. Stirbt doch endlich. Hallo. Danke. Ihr würdet mir alle einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr einfach sterben würdet. Oh, das ging jetzt ein bisschen gemein. Also gut, ich suche immer noch das Ziel und ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Was ist denn hier eigentlich? Muss ich hier vielleicht graben oder sowas? Keine Ahnung. Ne, es sieht mir nicht so aus. Wahrscheinlich hört man gerade meine Tastatur. Moment, was ist das denn? Ach, da geht es hoch. Ah, da geht es hoch. Okay. Aber das das sind auch gleichzeitig unten wieder diese Scheißblasen. R, J, F, V, N Das ist das Passwort. Ich glaube, die Passwörter, die werde ich immer in der Verlinkung reinsetzen, falls ihr das mal selber spielt. Die habe ich, diese Viecher habe ich gerade völlig vergessen. Hm. Naja, egal. Und stirb! Und stirb! Und äh, stirb! Stirb! Hallo, stirb! Magst du nicht sterben? Jetzt auch. Jetzt auch wieder nach oben. Jetzt muss ich perfekt springen. So, dass ich hier mein Seil dann hinsetzen kann. Jawohl, da ist auch schon das Excel. Seht ihr? Seht ihr? Da oben ist es. Na, jetzt aber! Nö! Okay, geschafft. Gut, ich glaube, jetzt mache ich hier auch an der Stelle eine Aufnahmesession. Also, es bin nicht die Aufnahmesession, meine ich. Ähm, ja. Dann bis zur nächsten Aufnahmesession. Oder bis gleich. Also, bis gleich. Aufnahmes Häusch. Ja.